Eins, zwei, drei. Das ist ja auch lustig, wenn ich einfach nichts mache. Einen wunderschönen guten Tag. Ich befinde mich zusammen mit meinen beiden Bandkollegen auf dem roten Stuhl vom... Ich hab's da gerade Zeit. Guten Tag, wir sind Phrasemäher und wir befinden uns in diesem Moment auf dem roten Stuhl von Media Groove. Wir möchten Ihnen die Chance geben, Teil des Hypes zu werden. Und da bietet sich die Sommernacht, die Unisommernacht Hildesheim an. Und zwar am 23. Juni. Das ist schon sehr bald. Gehen Sie hin. Es wird fantastisch. Im Moment auf der Tür. Ich habe keine Untertitel vor, das ist schon bald. Ich habe keine Untertitel vor, das heißt, ich weiß, was da.